ein raptor ja der zeit ne wir wollen raptor haben erstes kriegen wir sauschnell viel fleisch seitens schütze gegen alles drittens ist ja sauschnell beim reiten ja das nehmt auch an der witzantiger ist zwar schneller und so aber ja das antiger krieg ich auch auen aber ich kann nicht reiten ja ich weiß aber wir werden angriffen alles ganz dringend landen meine alternative sind t-rex oder die los unsere beiden dinos beschützen uns voll tja warum istfeuer an são ich mache sofort aus ein paar dörsten zweck quasi drin war das ganze ich hatte seinen läschen nahmen oder seitdem ich habe eben fleisch gekocht und bin da rausgekommen Ich tu mir schnell Holz rein, weil ich Fleisch machen muss Ah, hier legst du sogar noch Fleisch drin, scheiß auf Fleisch machen Was ist das jetzt? Alter, äh, Fiber Und krieg natürlich das, was ich gerade nicht brauche, Narkotiks Fehlt keine Narkotiks, gib mir mehr Fiber Kann ich die Dino mitnehmen zum Holz fahren, oder? Äh, dann tu ihn zuerst, äh, den Dings leer machen Mach ihn zuerst leer Dann baue ich schnell nen großen Schrank nochmal auf Okay Warte ganz kurz Warte ganz kurz Gut, wie viel Holz hast du noch dagelassen? Hm, 150? Hätte ich jetzt geschätzt Obwohl, es kann doch sein, dass da gar kein dritter ist, ich geh mit ihm holen Ja, hab ich, hab ich, hab genügend Oh, ist das nervig die ganze Zeit, absteigen zu müssen Ich sag ja, ich hab meinen auch nur noch auf Dings, ich tähme den nur noch auf, äh, ja, Stamina, ne? Wenn der Ding steht, kannst du alles reintun Und das im Haus, Marcel? Ja, hab ich gedacht, dass ich's gehört hab Nur für Bären, oder? Nur für Bären, ja Das ist doch so logisch, ne? Wenn du Sachen daraus baust, dann hast du anscheinend, äh, nicht mehr so viel Gewicht wie vorher Obwohl du dieselben Sachen noch dabei hast, theoretisch Ja, vielleicht hast du auch Sachen verbraucht, die dann Na gut, warum? Ja, was denn? Steine? Ich hab ja grad einen Ofen gebaut, so, das ist ein bisschen schwierig da irgendwie Aber naja, ist ja auch wurscht Jetzt, ähm, stellen wir den hin Ich stell den Ich stell den Da hin, so Du musst dich für nicht immer auf und zu machen Nicht, wenn du halt, wenn du eh rausreichst, wenn du, wenn wir weggehen Dann musst du dich für zu sein, sonst kannst du das auflassen Das heißt, wenn du gleich rausgehst und schnell Holz holen willst oder Bären, dann bitte immer zumachen Okay Wie sehe ich, wie viel in die Storage Box passt? Ja, einfach runterscrollen Dann siehst du ja, wenn du keinen Platz mehr hast Okay Deswegen sag ich ja sortieren, weißt du, da hab ich immer mehr Platz Ich will das Ganze so machen, ich schaffte jetzt noch schnell seine Cortic fertig und dann tue ich komplett sortieren Brauchst du nicht Weil? Willst das du machen? Nee, okay, kannst machen Ich geh dann Holz fahren Kannst den Dicken gleich mitnehmen Du hast dann praktisch oben rechts noch eine Anzeige, die gehört bloß dem Dino praktisch Siehst du auch den Blitz mit Stamina praktisch Damit es schnell wieder voll wird einfach stehen bleiben Und wenn er zu voll ist, dann läuft er nicht mehr Also über voll, er bewegt sich gar nicht mehr Zu voll, er bleibt bloß, er läuft ganz langsam Braucht er auch zu trinken? Nee, ne? Nee, nee Der frisst den auch von alleine, also gar nichts machen Aber er kann nicht springen, was so eine Frechheit Also wenn der Dino springen könnte, stell dir das mal vor Der Troik Aha Ähm Der abgeht Der T-Rex 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 will ich aber daran fahren waren haben ein paar und danach vielleicht wenn du Glück hast waren nach dem war der Konform der Passe nachfragen kommt haben da ist es endlich muss hier irgendwo mal landen wo ich keine Prozent Säbelzahntiger und komische verfickte Skorpione habe bleib stehen Vogel nein aus stehen bleiben endlich obwohl eigentlich brauche ich gar nicht mehr Farmen ich habe keine Metallsachen mehr die muss ich reparieren sobald ich wieder Metall habe mit Zeilen habe ich gehört du hast Metall über über alleine es gibt kein über gibt nur zu wenig kenne ich das Gefühl ja leider was sind da jetzt auch die sind zwei Drops nimm mir einen mit ach fuck du nee brauche ich nicht und wenn du magst geh mit dem Truck auch mal durch und den Knuckleberries mit also jetzt spielt Grabs Counter Strike die also das ist nichts mehr die Knuckleberries dann was sagst du die erkenn ich was Knuckleberries sind die schwarzen steht auch noch drüber also nie einfach nur mit dem Dino einfach reingehen in die Büsche und einmal linke Maustaste drücken so und indem du das machst du ich mir die ganze Scheiße sortieren habe ich zwar wahnsinnig viel Bock drauf aber muss gemacht werden nein nee arg der war ja fast gut ah der war sehr richtig gut neige Bade der kommt fast an mein Niveau ne davon ist er noch ein Stück weg ich glaube wir haben lieber noch ein paar Steine wo ich denn finde Smitty wie ah wo ist er ähhhh hä wo habe ich ihn 5 Metall brauche ich dafür 60 Steine ne 50 und 30 Wood alles klar äh mich greift so ein scheiß Viech an wie Scheiße und wieder ein Spooky Wann mal wo ist mein Dino? hm den geh ich mal eben holen Spooky versucht sich jedes Mal als Sniper wenn ihn loslässt der trifft einen mal so ein Assi ey ne oh man bleibt doch einfach stehen du Kackvogel jedes Mal dasselbe Drama hier mit dir na gelande dann lande na endlich man muss den Vogel voll ins Haus rammen dann bleibt er auch stehen Alter bist du voll auf Stamina gegangen wie langläufst du denn durch Ole? nicht voll heftig glaube ich heftig? praktisch weiß ne ich mein wie hoch du's gelevelt hast ja äh 130 dreimal nur hm wo sind meine Sachen? wo bist du gestorben? genau auf dem Dino hier in diese Richtung laufen hier vor mir liegt der vor mir liegt der rechts jetzt vor mir so ich glaube ich geh jetzt mal dodo sammeln und schmeiß die etwa in unserer Hütte rein und dann möchte gern zaun ach so sechs der hat grad sechs Fleisch auf einmal gefressen dein Ernst was machst du denn da? keine Ahnung der hat einfach sechs Fleisch gefressen das ist der der dodo das Fliegevieh ach du hast schon wieder so ein Ding am tamen nein ach so ja das kommt davon wenn du den nicht fütterst ja ich wusste wie wenn ich den nicht fütter er hat die ganze Zeit Futter gehabt jetzt hat er sechs auf einmal gefressen äh komm vor oh sorry ich hab ihn auf mich folgen gemacht sorry es ist so blöd diesen dodo zu fangen das ist das schwer das ist nur ein Kager mir aber ja lauf er weg lauf er weg dann kommt er schon hast du die narkotikbeeren dabei? jawohl jetzt ist Ausdauer weg ja ne du nicht ich bin gerade am kämpfen ok Astro du bekommst auch die Musik wenn du nah genug da bist also nicht wundern dann wirst du entweder du oder ich angriff ach so eben hab ich und dass ich drei narkotikbeeren hatte reicht auch erstmal reicht auuuuch jetzt muss ich mit dem Steinwerkzeug erstmal weitermachen oh man oh nur ein Level noch mal da ist so ein mächtiger Unterschied das ist so mass sieben Steine dann können wir uns dann können wir dann holen wir erstmal noch einen zweiten Trike ja damit du auch einen hast das wär mass also damit du einen für Holz hast nicht aber einen für Bären oder das ist nicht damit du zweiten Holz fahren mitnehmen kannst weil es zur Verteidigung einer Holz einer Bären je nachdem Schauen wir schon nach ob der dir immer noch folgt ja er folgt immer noch noch viel 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 mehr narkotika also wirklich so 200 am Stück wären schon mal gut ok aber unsere Metallachse zuerst das Bärchen ja wenn sie hin ist nicht wegschmeißen sondern mitnehmen die reparieren wir dann so weit wie sie reparieren können auf welchem Level können können wir die dann zurück reparieren wenn du sie hast kannst du sie immer wir brauchen bloß die Sachen dafür normales Metall brauchst du kein Ohr naja muss erstmal einschmelzen können einschmelzen geht am Ofen oder ganz normaler Ofen ja kann man die kaputt machen die Axt oder geht sie irgendwann ja die geht einfach kaputt dann kannst du sie nicht mehr hernehmen aber sie verschwindet nicht als Item ne wie gesagt dann holst du bitte noch narkotika und ich probiere bis da ein Level also dann mit dem narkotika was du mir dann bringst noch ein Level höher zu kommen für Fiber bei Fiber brauchen wir auch ganz viele wie viele sie momentan haben ich bin nicht fertig mit zitieren ähm dass wir dann Tatch brauchen wir auch ganz viel vielleicht danach einmal los geht es nur mit nur Tatch zumindest hauptsächlich ok der ist kaputt ich komme jetzt mit dem Pflugsaurier hier gerade fast von meiner alten Base zu der neuen muss ja einmal kurz landen zwischendurch also mit 111 narkotika kann ich 27 narkotika so an sich herstellen hast du die 111 mitgenommen? ja nein warum hab ich gar nicht mitbekommen ja ich kann auch Bäume mit dem Viech umkloppen ja aber mach das nicht das nützt nix da kriegst du mehr raus wenn du es hackst jetzt haben wir die libellen ernsthaft mein Futter weggefressen ja nice dann kommt man richtig bis dead du musst machen du meinst du hast aber auf das Leben auf weiß ich ob der da auch Leben verliert oder nicht würdest doch blinken oder? äh ja dann verliert er kein Leben ja hab noch nie drauf aufgepasst keine Ahnung ... ... ich muss das nicht ach lass mich raten du musst ja toll jetzt stellen wir dich so hier hin das kommt rein Tschüss.